Odd Call of Duty Advanced Warfare, Exo-Zombies mit mir, dem Daniel. Okay, gut, wollen wir das jetzt starten? Ja, okay. Äh, machen wir privat. Hör auf damit. Was ist los, Mann? Och ne, dein Ernst, ey. Oh, guck mal. Nach Hilfe, Exo-Zombies zu halten. Ich hab noch von übergegangen. Ah, ich hab auch da. Oh, Mann, ey. Ja. Okay, wir müssen kurz auf mein Kumpel warten. Gott. Peinlich. Oh, Gott. Oh, Mann. So lange könnten wir uns ja mal die Story von Carrier angucken. Ein Schuss in den Kopf. Meinen Kopf. Und alles wurde klar. Sein Name ist Lennox. Arbeitet für Sentinel. Die halten sich für die Guten. Du Bastard! Er ist tot! Euer heiß geliebter Oz. Er ist die Quelle der Infektion. Äh. Für ihn reichen Kugeln wohl kaum. Was zum Teufel soll das heißen? Der Mann ist tot. Das warst du auch mal. Und du? Und du? Exo. Du hast eiskalt die Storyline abgebrochen. Es war grad so spannend. Moment. Ja. Ja. Also. Na ja, drück auf bereit. Achso. Habe ich überhaupt online gesagt? Okay. Keine Ahnung. Immer noch. Ja. Da kommen überhaupt keine in unsere Lobby. Ja, Mann. Carrier. Zombies. Ha. Bei mir steht Carrier-Zombies, also. Ich bring mich nicht durcheinander. Äh. Oh. Ach ja, ich auch. Nein. Beste Antwort. Du musst aufwachen. Was ist denn los? Ich erklär's dir später. Wir müssen weg. Ich bin Lennox. Wenn wir überleben wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Ja, Mann. Das musst du auch noch sagen, ja. Du bist eine Frau, also. Hinter dir. Du Schwain, du. Immer doch. Nein! Lennox, ich hab nicht wenig Lust, dir eine... Scheiße, den wollte ich mir holen. Aber bitte nicht ins Gesicht. Die Welt würde weinen. Was? Was? Okay. Oh, nee. Jetzt hab ich noch zwei Konkurrenten. Egal. Wieso? Ja, ja, ja. Doch, glaube ich schon. Alter. Alter, Junge. Grottenschlecht ist nicht schwarz. Ich brauch Deckung, solange ich nachlade. Schwarz ist eine gute Farbe, also. Ich war eine kleine Invasionsstreitkraft und bietet dem Oberwunsen gleichzeitig höchsten Luxus. Der Gipfel der Klassreißer. Genau. Passt ja perfekt zu dir. Das sind neue Pink und Rosa. Ja. Immer doch. Yeah, Multiplicator. Sicher, warum nicht? Ihh, die hat gestöhnt. Immer her damit. Hör mal. Nee. Ich bin nicht einfach süchtig. Was, ey? Was für Bisser, Alter. Ich geb dir gleich. Ich nicht. Hinter mir. Meiner. Okay. Mach. Oh, Strom ist schon an. Guck mal. Die spielen schon wieder. Alter, spielt nicht alle am Drucker. Hä? Das ist meine. Hier, guck mal. Fuck, PDB. Weg das. Nein. Hinter uns sind 100. Muss nachladen. Ja, Mann. Alter, verpiss dich mit deinem... ... ... ... ... ... Ja, Mann. Ich hab die Wunderwaffe. Limbo. Ja, ich lauf ja runden. In dem Dingsraum. Hier. Der gönnt sich hier gleich Teleportgranaten. Richtigiger Geier hier. Wann mal. Oh, nee. Der Drucker ist kaputt, ey. Ich wollte noch drucken. Toll, ey. Alter. Hast du gleich Stress oder so? Scheiße, meine Credits, ey. Alter, weiß ich nicht. Ich bin der Einzige hier. Komm mal runter. Ich fühl mich so alleine. Ey, was war? Alter, du mit deiner Laser Gun. Oh mein Gott. Er sollte die Punkte für Exo. Und so weiter machen. Okay, ich glaub der ist AFK. Keine Ahnung. Du bist so schimpferstrahlend. Ja, Mann. Geh' ich zurück in die Hölle. Zurück in die Hölle mit dir. Alla, hallo. Ich glaube, er ist süß. Alter. Ja, Brache ist süß. Brache ist süß. Ist das alles? Ist das alles? Haben wir überhaupt Munition für die Hunde überhaupt bekommen? Bewegen sich immer noch. Weiter ballern! Ach so. Aha! Nö. Wer hat die Munition überhaupt aufgenommen? Da oben liegt Munition. Okay, gut. Wir sind hoher. Hast du die HBR? Ja, Mann. Nein! Was heißt das? Ist seine Leiche kontaminiert, oder was? So. Weichte. Weichte. Ja, Mann. Ich nicht. Muss nachladen. Ich nicht. Ich treffe ihn mal gar nicht. Svetl. Svetl. Kack dir. Ins Gesicht. Das geht doch besser. Tür. Von mir war keine Rede, also. Keine Ahnung. Ich habe schon wieder nichts getroffen, hier. Ja, 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 ja. Du bist ja schon da oben, Alter. Uh. Lol. Er hat mal Eisperl seinen Körper verloren. Wir wollen nicht kommen. Aber sowas von nicht, umsonst. Könnt ihr Fäder mich kurz decken? Muss nachladen. Erledigen. Ja. Ich brauche das Geld. Nein, Mann. Scheiße, Alter. Der Strom ist eingeschaltet. Der 1000... Noch was. Der muss es machen. So langsam habe ich es drauf. Er hat 1.640 Punkte, also. Na und? Pech. Was ist los? Was bist du denn? Hä? Ich... Ich habe... Okay, ich habe die erste Tür aufgekauft. Da hast du noch gesagt, dann mache ich den extra Raum. Doch. Ja, und, aber trotzdem. Ich habe die erste Tür aufgekauft, also. Äh, du hast keine zweite, oder? Ach so. Kann sein. Alter, der eine hat auch gleich 2.000 Punkte, du warst auch fast 2.000, also. Aus dem Ding, habe ich hier nicht gerade die besten Waffen. Geht der noch? Nö. Ich habe PDW und LCR 52 Limbo. Das ist alles? Toll, bringt doch auch fast nichts, außer in Runden. Ja, stimmt, ist ja Standard bei mir. Was hier, wenn nicht? Toll, ich habe keine Zombies, also. Klar, und er will sich regenerieren, wie es schon vorher passiert ist. Deswegen sitzen wir hier aber... Grundlos, einfach so einfach dumm rumschießen. Oh, nee. Gleich kommt verseuchten Runde, Mann. Ja, genau. Ja, genau. Na, na. Oh.